Wie kann man einen Instagram-Post bewerben? Jeder, der eine öffentliche und geschäftliche Seite auf Instagram hat, würde es lieben, wenn seine Seite viral wird. Gewinnen Sie mehr Follower. Seine Beiträge werden mehr gesehen und erhalten Likes. Und kurz gesagt, in der Welt von Instagram bekannt sein. Aber vielleicht möchten Sie nicht viel für Werbung auf Instagram bezahlen. Kein Problem. Es gibt viele Lösungen, mit denen Sie kostenlos für Ihre Seite werben können. Erster erstellen Sie nützliche Beiträge. Wenn Sie ansprechende, interessante und nützliche Inhalte erstellen können, geben Sie Ihrem Publikum einen soliden Grund, Ihnen zu folgen. Sie sollten wissen, dass Menschen, die sich für ein bestimmtes Thema interessieren, wenn Sie auf eine Quelle mit nützlichen und qualitativ hochwertigen Beiträgen stoßen, diesem auf jeden Fall folgen werden. Zweiter verwenden Sie eine längere Beschriftung. Deine Follower sind auf Instagram, weil Sie dort Zeit verbringen wollen. Versuchen Sie, alle notwendigen Erklärungen zwischen dem Video und der Beschreibung unter dem Beitrag aufzuteilen. Verweisen Sie den Benutzer niemals auf eine externe Plattform. Besuchen Sie eine Website oder YouTube, um weitere Erklärungen zu erhalten. Wenn Ihre Follower mehr Zeit auf Ihrer Seite verbringen, wird das Engagement Ihres Beitrags und Ihrer Seite zunehmen. Infolgedessen erkennt Instagram die Wichtigkeit Ihrer Beiträge und zeigt sie stärker an. Dritter erstellen Sie speicherbare Inhalte für Ihren Feed. Sie müssen Inhalte erstellen, die für Ihr Publikum wichtig sind. Es kann alles sein, Infografiken, aussagekräftige Zitate oder sogar lustige Memes. Es sollte ein Beitrag sein, den der Benutzer bereit ist zu speichern. Vierter stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Geschichte zweimal täglich aktualisieren. Dies wird die Benutzer den ganzen Tag über an Ihre Anwesenheit erinnern. Dadurch vergessen Sie sie nicht und besuchen manchmal sogar Ihre Seite, um zu sehen, ob Sie einen neuen Beitrag haben oder nicht. Wenn Sie sich die großen Seiten ansehen, macht das jeder. Wenn sich ein Benutzer Ihre Story ansieht, betritt er unbewusst Ihre Seite, um zu sehen, ob Sie einen neuen Beitrag hochgeladen haben oder nicht. In diesem Fall erhöhen sich die Aufrufe Ihres Profils. Je höher die Anzahl der Besucher auf Ihrem Profil, desto mehr erkennt Instagram die Wichtigkeit Ihrer Seite und zeigt Ihre Beiträge häufiger an. Fünfter machen Sie Ihre Geschichten mit Aufklebern attraktiv. Instagram hat diese Funktion, mit der Sie attraktive Sticker in die Story einfügen können, also verpassen Sie diese Gelegenheit nicht und nutzen Sie sie gut. Instagram hat Ihnen diese Möglichkeit im Story-Bereich gegeben, damit Sie interessante Geschichten auf verschiedene Arten erstellen können, mit Aufklebern, Wettbewerben, Umfragen und allem anderen. Verwenden Sie diese Funktionen. Und wecken Sie das Interesse der Benutzer an Ihren Geschichten. Denken Sie nur daran, es nicht zu übertreiben. Denn die Verwendung zu vieler Sticker in einer Story kann die Augen und den müden Geist des Benutzers nerven. Sechster heben Sie wichtige Geschichten hervor. Sie können verschiedene Themen kategorisieren, indem Sie eine Highlight-Kategorie erstellen. In diesem Fall kann der Benutzer leichter bekommen, was er will. Daher verbringt er mehr Zeit auf Ihrer Seite. Für die Highlights können Sie spezielle Fotos und Designs vorbereiten. Dies soll Ihre Seite schöner machen. Siebter Hastags nicht vernachlässigen Stellen Sie sicher, dass Sie wichtige und gute Hastags in Ihre Bio-Seite, unter die Beiträge oder in die Geschichten Ihrer Seite einfügen. Denken Sie daran, dass Sie die besten Hastags verwenden sollten, um Personen anzusprechen. Hastags haben große Macht, wenn sie richtig verwendet werden. In anderen Videos haben wir erklärt, wie man die besten Hastags nach dem Instagram-Algorithmus auswählt. Sehen Sie sich diese Videos unbedingt an. Achter, wenn Sie viele Forward haben, stellen Sie sicher, dass Sie Live posten. Durch das Live-Posten können Forward eine bessere Beziehung zum Seitenmanager aufbauen. Denken Sie daran, dass die Kommunikation den Maschinenmodus verlässt, wenn Sie ein Instagram-Live halten. Benutzer fühlen sich bei Ihnen wohler. Neunter interagieren Sie mit Seiten, die Sie in Ihrem Unternehmen ergänzen können. Sie können wie viele große Unternehmen und Marken auf der Welt interagieren. Veranstalten Sie zum Beispiel gleichzeitig Wettbewerbe. Oder fügen Sie Beiträge ein, die Nutzer über Ihre Zusammenarbeit informieren. Auf diese Weise können Sie Benutzer mit ähnlichen Seiten austauschen. Wenn große Seiten das können, warum nicht Sie? In dieser Lösung muss ein Geheimnis stecken. Wenn Sie Fragen haben, können Sie in den Kommentarbereich schreiben. Wenn Ihr Problem gelöst ist, liken Sie bitte das Video und abonnieren Sie den Kanal.